Was ist denn das für eine eigenartige Szene? Wann ist denn die in dem Film überhaupt zu sehen? Jetzt gerade. Das sehen Sie jetzt gerade, Sir. Alles, was jetzt gerade abläuft, passiert jetzt. Ja, und die Vergangenheit? Die ist vorbei. So. Ja, weil es sprachlich die Königstaste ist und man dabei wahnsinnig viel lernt. Beim Ende wird MC Squared zu Nintendo mit den Flaschen. Ja, ich fress hier gleich echt eine Flasche, weil das kann ja wohl nicht euer fucking Ernst sein, Nintendo. So, dass ihr ein Spiel entwickelt, was, wenn man einfach so einen Bogen braucht. Ich brauche 300 Rubinen oder 400 Rubinen, die schaffe ich natürlich nicht. Ja, fuck! Was? Ach, halt deine scheiß Fresse, ey. Es reicht nicht. Fick dich. Yeah, boy! Der kommt nicht hoch. Was kann ich denn dafür? Ah, oh. Oh, lol. Domtendo hat sich dazu entschieden, sein Video für Juli auch auf tierisch zu übersetzen. What's up, liebe Mathefreunde? Was? Das ist ja. Was?